Renetti. Auch 21 Stufen. Alter, der hat sogar 27 Tier. Danach wird es ein bisschen chilliger. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Spiel. Ich spiele es immer noch gerne. Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist das denn für eine Waffe? Die Witcher-Reihe nochmal. Hast du schon alle drei gespielt gehabt? Ich habe ja auch schon alles vorbereitet. Alles auch ins Moderne geupdatet, gepatcht, gefixt. Freue ich mich auch drauf. Aber da bin ich noch mit Gothic beschäftigt. Also die nächsten Gothic-Teile, die kommen. Das ist einmal hier, Legend of Asun und Chroniken von Myrthana. Also zwei große Total Convergions. Dann sagt man ja Total Conversion. Als komplett eigene Storyline und Pipapo. Oh, direkt vor mir gespawnt. Feindliche Aerosolbomben bei eurer Position. Lade nach. Die Stellung wird verlegt. Die Stellung wird verlegt. Die Stellung wurde verlegt. Siegelt sicher. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Konterdrohne in der Luft. ist natürlich eine sehr blöde stelle auch ich schaue ein bisschen aus wie so eine so com ich brauche medizinische versorgung erledigt die betäubungsgranate auch auch was ist das denn ich hatte ein launch ganz normal wie er mich versucht rumzukriegen ganz vergessen ich bin nicht zu haben ich bin schon vergeben an call of duty das ist nicht der normale daisy server also sind da andere server noch mit drin ich meine ja stimmt ich meine ich hatte so ein launcher wo du halt per knopfdruck diese community server dann drauf hattest und wo er dir dann auch die plugins und pipapo alles selber aufgespielt hat das ist das glaube ich ne so ein Oh, sorry. Ist nicht sogar 27k-Spieler online gerade. Ach, krass. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ist nicht hat Rust nicht mittlerweile Daisy überholt, was das angeht? Nein. Ist hier auch ziemlich oft Rust. Habe ich früher auch mal gespielt, glaube ich. Aber ist ja mittlerweile auch ein anderes Spiel geworden. Ich lade nach. Die nächste Stellung. Bereithalten. Toll. Das Zielgebiet aktualisiert. Zur Stellung begeben. Du hast viel mehr Hacker. Warum auch immer es in solchen Spielen Hacker gibt. Ihr Scharfschütze ist erledigt. Da geht es ja noch nicht mal um was. Oder? Oh. Gehen wir noch? Die Stellung wird verlegt. Los in Deckung! Die feindliche Drohne. Die Stellung wurde verlegt. Zielgebiet steckt innerhalb des Perimeters. Noch eine Minute. Ja. Die Stellung haben aufge David voix nicht steht. Den Bereich sichern. Eine Situation wird � Buzz take money. Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Feindliche Kontradrohne in der Luft. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Bestätige nächste Stellung. Bereitschein innerhalb des Perimeters. Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Zielgebiet aktualisiert. Zur Stellung begeben. Es bleiben noch 30 Sekunden. Da kommt eine Betäubungskarte! Weg Slithers Magazin! Feindliche Drohne in der Luft. Magazin wechseln. Nachbarung sind längst. Wir unter direktem Beschuss. Die Stellung wird verlegt. Der Bereich sich auch nicht schlecht von der Reichweite, Alter. Auch schon präzise. Noch 10 Sekunden. Trotz Burst. Das war noch wichtig. Ist hier schon! Da konnten wir fest! Keine Hände! Die Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sicher. Bisschen gescheitert. Zurück zur Basis. Oh Bis hier. Ich noch mehr Feuerrate mit rein. Ah, Feuerrate. Mal gucken. Alles klar, Splashy. Viel Spaß, ne? Und bon appetit. Yo, bye-bye. Bis dann. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Der Feind setzt ein Fernlenkeschütz ein. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Scheiße. Feind sichert Charly. Feind sichert Charly. Feind sichert Charly. Verliere Charly. Mach einen Schild nicht. Feind sichert Charly. Schau. 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 Der Feind hat Charly eingenommen. Schau. Geht nur mir Charly. Verliere Charly jetzt nicht ist. Feindliche Drohne aktiv. Granate geworfen. Feind übernimmt Trago. Der Feind sich unabhängig der Luft. Charly gesichert. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Jetzt haben wir schon zwei Nein Wir verlieren Charlie. Die Objekte Charlie ist kompromittiert. Wir nehmen Alpha ein. Feindliche Drohne im Einsatz. Alpha gesichert. Feind übernimmt Alpha. Scheiße. Feind übernimmt Bravo. Die Objekte Alpha ist kompromittiert. Brühe überwacht. Der Feind setzt eine Moskito ein. Feindliche Wechtehre im Einsatz. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Wir nehmen Alpha ein. Wir kontrollieren Alpha. Wir nehmen Charlie ein. Arschloch. Ziel auf den Feind. Ich vergesse nie. Der Feind setzt eine Konterdrohne ein. Wechsel im Magazin. Ich habe einen erwischt. Muss nachladen. Feind übernimmt Bravo. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Granate! Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feindlicher Strafo. Scheiße. Ich scheiße. Zielobjekt Alpha ist kompromittiert. Zurück erobern. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Feind übernimmt Bravo. Feindliche Drohne aktiv. Wir nehmen Charlie ein. Sie wird Charlie gesichert. Ich bin getroffen. Feindliche Moskito online. Feind sichert Bravo. Magazin wechseln. Feind sichert Bravo. Wir verlieren Charlie. Wir nehmen Alpha ein. Scharfschütze ausgeschaltet. Wir haben alle Zielobjekte der Haare. Feind übergeben wir den Herr. Der Feind hat Charlie ein. Betäubungskranate. Feind übernimmt Alpha. Betäubungskranate. Aufmerksamkeit. In Deckung. Ich habe einen nicht. Wir verlieren Alpha. Feind in den Wind. Feind in den Wind. Feind in den Wind. Feind in den Wind. Feind übernimmt Bravo. Wir kontrollieren zwei Zielobjekte. Zielobjekt Bravo ist kompromittiert. Zurück erobern. Wie ist das denn jetzt passiert? zwei. Sie 죞 sind wir. Wow. 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 Jo, Merd. Viel Spaß. Betäubungsgranate. Ich bin getroffen. Weggepustet. Betäubungsgranate, auffassen. Betäubungsgranate. Ist alles Deep. Lurk 1 bis 10, alles Deep. 1 gibt es auch noch du musst dann nochmal so 10 weitere draufballern so bist du Lurk 20 ist das dasselbe? achso ne 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 du musst zusammenschreiben vergiss das nicht wollte schon sagen Lurk 3 hast du gefehlt Lurk 7 ist cool dein abschied verhalten immer dazu etwas zu sagen was man sonst nicht ausgesprochen hätte ich liebe dich und dann Dönerspieße ist einfach so sprich nicht voller kummer von meinem weggehen sondern schließe die augen und du wirst mich unter euch sehen jetzt und immer besprechen wir dass du mich nie vergessen wirst denn wenn ich das denke werde ich nie gehen so sweet deep and sweet ich mach's nicht mehr lange 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 wir verlieren Alpha Zielobjekt Charlie ist kompromittiert zurück verbündet Vorräte sind unterwegs Feind übernimmt Alpha verbündete Überwachung zählen im Anflug Beteilungsgranate wir haben zwei Zielobjekte gesichert ich bin getroffen ich hab einen damit beteiligt entmentsprechend verbündete Mörderschlag unter Weg mein sicher bravo weggepuste Wettepooster! Wir sind auf dem Ende. Erleicht, ein Wettbewerblich, bravo. Ein Wettbewerb, bravo. Ein Wettbewerb! Scheiße! Zielotek, bravo, ist kompromittiert. Wir nehmen bravo einen. Wir kontrollieren, bravo. Wir haben das Feld gesichert. Die Mission ist erfüllt. Hä, warum so wenig? Äh, scheiße, keine Battle Pass Token mehr. Die Mission ist erfüllt. Die Mission ist erfüllt. Wir haben die Führung gesichert. Wir haben die Führung gesichert. Ich hab einen erwischt. Marke gesichert. Abschuss bestätigt. Wir haben uns die Führung gesichert. Wir haben uns die Führung gesichert. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Nach, lol. ich bin nicht der ich hab einen erwischt ich bin getroffen ich bin nicht der 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 ich bin jung Ich mache so ziemlich alles mögliche. Bixly Girl. Hallöchen. Einen wunderschönen. Ganz viel Liebe zurück. Habt ihr den Raid besorgt? Dankeschön. Danke. Auch wenn es nur ein Raid ist. Und nichts anderes. Äh, Multimeter geht's gut. Danke sehr. Ich hoffe, die auch. Was habt ihr gezockt? Ich mache auch ein Follow da. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen durch COD. Ich schreie meine Waffen weiter. Wir haben Runaway 2 gespielt. Das sind freunde Click Adventure. Äh, erkenne ich. Selber nicht gespielt, aber ich weiß, wie es ausschaut. Habt gerade Bilder im Kopf. Gerne, gerne. Bei Big City weiß ich, wenn die sich irgendwo rumtreibt, dann eigentlich nur bei geschmeidigen Menschen. Da lässt man dann gerne ein Follow da. Richtig, das wollte ich nicht sagen. Deshalb hab ich geschmeidig gesagt. Hahaha. Deswegen sind wir auch hierher gekommen. Nice. Freut mich. Freut mich. Ja, Big City. Einer auf den, ne? Sieh dir meinen Arsch an. Und zwar jetzt. Wer ist denn dieser gut aussehende Bursche? Na, ich natürlich. Hallo? Was passiert denn hier gerade? Was passiert denn hier gerade? Ich bin leider selten woanders. Ähm. Wenn, dann bin ich meistens im Lurk. Aber ich hab halt tagsüber nicht so viel Zeit. Und, und, äh. Nachts nutze ich meine Freizeit und zocke meistens ganz viel. Deshalb, an dieser Stelle, nochmal, bitte um Verständnis. Wenn ich nicht bei allen, äh, vorbeischauen kann. Zum Beispiel Blackstar hab ich, äh, lange nicht mehr besucht. Ich erwische ihn aber auch nicht. Er passt es zeitlich wahrscheinlich einfach nicht. Aber ich hoffe, ihm geht's auch gut. Kannst du ja mal, äh, liebe Grüße ausrichten von mir. Big City Girl. Wie kann man den nicht erwischen? Der ist doch immer da. Wann streamt er denn momentan? Auch nachts? Also wenn ich streamer, dann sehe ich den ja wahrscheinlich eh nicht. Aber so, wenn ich mal Zeit hab, dann meistens so abends, bevor ich streamer, dann schaue ich gerne mal rein, wer alles online ist. Und dann sage ich auch noch mal Hallo. Aber ansonsten schwierig bei mir. Immer von 21 bis 0 oder so. Ah, okay. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich ein bisschen weiter runterscrollen, dass ich den, meinen Mann mal sehe. Was macht er denn momentan? Also, was ballert er momentan? Und das jeden einzelnen Tag? Echt? Er ist jeden Tag online? Und ich sehe den nicht? Ich check den nicht? Dann liegt's an mir. Es liegt safe an mir. Ah, Blackstar TV. Ich guck jetzt. Oh, 4 Stunden. Hast recht. Vorgestern auch. Ja, der macht ja wirklich auch Rambazamba. Warum sehe ich denn den nicht? Frech einfach. Also frech von mir. Noch 6 Stufen. Satisfactory. GTA 3. Mario Kart. Oh, GTA 3. Wann waren das Zeiten? Wie geht's dir denn so? Was macht das Großstadtleben? Wie ist das Wetter? Wie geht's dir denn so? Wow. Wie geht's dir denn so? Wie geht's dir denn so? Wechsel im Magazin! Wow. Ich mach's nicht mehr lange. Achtung, selber. Wow. Sieht gut aus gerade. Aber jetzt komme ich hier nicht raus. Falsche Richtung. Oh, nicht sterben. Oh. Oh. Hier ist ein bisschen feige. Ich habe heute noch keinen VTOL gehabt. Und ich bin VTOL. Ich brauche mich zu schlagen. Ich brauche mich zu schlagen. Yes. Schauen wir mal Wützen. Ich brauche mich zu schlagen. Oh. Oh. Noch eins Jawohl Na, auf zur Party Verdammt Liga, mein Team braucht immer gefühlten Ja, bis die so ein VTOL abschießen und meiner ist jetzt einfach 10 Sekunden weiter down Also 10 Sekunden, 2 Sekunden weiter down Ein sicher Überwachungs-Heli im Einsatzgebiet Feindliche Drohne erzieht Scheiße, ich bin nicht der Schatzsteins Ich habe einen erwischt Mach mal Deathmatch Wir haben das Feld gesichert, die Mission ist erfüllt Danke sehr BXTD Schlaf schön, träum von mir Bis bald, wir lesen uns hoffentlich wieder Und danke nochmal für die Empfehlung Das kann doch nicht sein, dass ich nur 2 3 Stufen bekommen habe Laser weg Obwohl WXP läuft Oh, 4 Stufen Muss ich jetzt schaffen Ich brauche mal eine Pause Hartkopf, Stellung Das Zielgebiet sichern Zielgebiet lokalisiert Die Stellung sichern Wir haben uns die Führung gesichert Was ist die Führung gesichert? wie sie alle abcampen ich fährt wahnsinnig es gibt aktualisiert feindliche drohne aktiv stellung kompromisiert den bereich sichern wechsle magazin die stellung wird verlegen die stellung wurde verlegt zielgebiet sichern ziel auf den die wechsle magazin die 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 Schatz! Ich mach's nicht mehr lange! Weckgranate! Aufzug! Betäubungsgranate! Kommt schon! Ich brauch mir die Schienen! Weck ich sie schnell! Oh Gott! Noch 30 Sekunden! Scheiße! Ich bin nicht der Fall! Ich hab einen erwischt! Ich hab schon Schlimmeres überlebt! Komm, das waren jetzt nochmal geile Kills hier. Mal sehen, ob es reicht. 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 So, dann ganz kurz rein. Mal sehen, ob es reicht. 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 Nein. Mal sehen, ob es reicht. Mal sehen, ob es reicht, ob es reicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also hier bei uns in der Gegend passt es auch mit dem Preis Und guten Morgen Dann dauert das noch zwei Minuten Das ist kein Döner mehr unter 7, das ist schon krass, ja Das wäre geschafft Ich lade ab Schaufschutz erledigt Aber City ist cool mit den 9 bis 10 Also bei uns hier gibt es auch den, die den Döner für 8 Euro verkaufen Standards sind aber 56 bis 7 Die Mehrheit von denen Ja Schaufschutz erledigt Wer macht das denn die ganze Zeit? Lass mich doch mal weiterfahren, Alter Das sind meine eigenen Mates Save Call Mal selber rumfahren hier 78 80 Oh fuck it So 80 Gute Zahl Da bleibe ich jetzt bei Ich habe keine Kills mehr Ich habe keine Kills mehr Das war die Renetti Eine schöne Pistole Spielt sich gut Abonniert Tschüss Gute Hände Lass Lass Musik Lass 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 Pause.